Was läuft, was läuft, was läuft, Freunde? Der Bray hier. Viele Leute fragen mich, Bray, was sollen wir mit diesem Geldprüfer, der in deiner AON 2 Box ist? Wir haben doch noch nicht die Batzens. Ich sag, Freunde, inschallah habt ihr auch alle bald die Batzens und dann werdet ihr den Geldprüfer safe dafür brauchen. Bis dahin hilft euer Bray aus. Also, ich erkläre euch, das ist der AON Geldscheinprüfer. Das ist ein Batzen. So ein Schein wird in jeder AON Box sein. Ihr legt diesen Schein in den Geldscheinprüfer und ihr seht einen Code. Wenn ihr diesen Code auf der AON Webseite eingeht, dann werdet ihr sehen, ob und was ihr gewonnen habt. Es gibt sehr viele wilde Gewinne und wir fangen mal mit dem wildesten an. Seit 10 Jahren werde ich immer noch gefragt, Bray, wo ist dein Gold? Die Bullen fahren mir immer noch hinterher. Ich sehe euch doch. Sie hören mich ab. Sie wollen das Gold. Dazu kann ich nicht viel sagen, aber ich kann euch eins sagen. Zu gewinnen gibt es 1 Kilogramm in 10x100 Gramm purem Feingold 999 von Degusa. Original mit AON Logo reingraviert. Mit einem Gesamtwert von 34.000 Euro. Pures Gold. Ihr könnt es hier sehen. Kauft euch die alles oder nix. Zwei Box. Es wird zu viel.